Wer kommt nächstes Jahr nach Mallorca? Wer befindet sich gerade auf Mallorca? Das sind ja praktisch alle. Das ist ja super. Das ist ja total praktisch. Wer von euch hat Angst vor Schweinegrippe? Ach, Weicheier, macht euch nicht in die Hose. Ich sag mal ganz ehrlich, die Schweinegrippe gibt es nicht erst seit letztem Jahr auf Mallorca. Die gibt es schon seit 1986, denn da ist Jürgen Dreefs das erste Mal auf Mallorca aufgetreten. Genau, du warst. Jawohl. Und deshalb finden wir jetzt Schweinegrippe. Leute, ich klage euch, macht es schlummer als Jürgen Dreefs auf Mallorca. Menuhin Fröhlich und der Checker, oder? Ja, ist doch wahr. Menuhin Fröhlich. Ich dachte erst, der ist ja Tütchenspieler, hier mit den Rumänen, aber nee. Der hat gesungen, aber egal, der ist schon wieder weg, der ist schon wieder in Deutschland. Da heißt es schon wieder, geh doch zu Hause. Geh doch zu Hause, geh doch zu Hause, bleib weg.